Yo, 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 Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop, wo wir nämlich ziemlich coole neue Items drin haben. Hier auf der linken Seite nicht nur einen, sondern, Achtung, gleich zwei richtig geile neue Skins. Ich habe es mir zwar noch nicht angeschaut, aber ich finde, die sehen schon in der Übersicht ziemlich coole aus. Außerdem Bühnenmonster hier auf der rechten Seite mal wieder drin. Ich glaube, der war schon seit fast einem halben Jahr nicht mehr im Shop, also schon ziemlich selten geworden. Und als quasi Krönung vom heutigen Shop verschenke ich gleich zweimal dieses mega krasse 100 Euro V-Works-Paket an euch. Und wir machen das dieses Mal ein bisschen anders. Und zwar gibt es dieses Mal zwei Gewinner, einmal über Instagram, so wie ihr das kennt, und einmal über die E-Mail. Und das Besondere ist, dass die E-Mail eigentlich ziemlich selten da genutzt wird. Das bedeutet, ihr habt eine extreme Gewinnchance. Ich glaube, da kommen immer so 30, 40 Mails bisher rein. Dementsprechend habt ihr da eine extrem gute Chance dort zu gewinnen. Also wenn ihr ein paar V-Works braucht, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen, um teilzunehmen. Nämlich einmal kurz den Crater-Code SNOXY eintragen, wie mein Kanal heißt, mit einem I am Ende dran SNOXY dort eintragen. Und dann mit eurem Handy ein Foto machen, wie hier dieses Mal hier oben rechts. Dieses kleine Unterstützer-Creator SNOXY. Davon macht ihr mit eurem Handy ein Foto. Am besten, dass hier oben auch die V-Works von euch noch drauf sind. Macht ihr einfach ein Foto mit eurem Handy. Und schickt mir das dann entweder auf Instagram. Auf Instagram heißt ich SNOXY. Oder ihr schickt mir das per E-Mail an die E-Mail-Adresse snox.creator.gmail.com. Ihr könnt das auch beides senden. Dann habt ihr halt die doppelte Gewinnchance, wenn ihr höhere Gewinnchancen haben wollt. Auf jeden Fall wird es halt zwei Gewinner geben. Die werde ich dann wahrscheinlich übermorgen auslosen zum Start der neuen Season dann. Also ja, schickt mir unbedingt ein Foto, wie ihr hier diesen Unterstützer-Creator SNOXY drin habt. Jeder nimmt Teil, der mir dieses Foto geschickt hat. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal hier die neuen Skins an. Fangen wir jetzt mal an mit dem Aura-Skin. Und das schaut mal richtig cool aus. What the fuck? Hol dir die Klunker mit Stil. Das ist mal ein richtig geiler Skin. Das der nur 800 V-Works kostet, wundert mich echt. Klar, es gibt jetzt keinen Backpack dazu. Aber der schaut mal... Ey, ist das ein neues Gesicht? Weil die Haare schauen so komplett anders aus. Nice, ey. Ich finde es cool, wenn die Skins mal so ein bisschen anders ausschauen. Das für nur 800 V-Works, mega gut, ey. LOL. Er schaut auch mal richtig anders aus. Hey, what the fuck? Vorne droppt einfach mal so richtig neue Skins hier. Also so richtig andere Skins in den Shop rein. Für nur 800 V-Works, mega nice. Die werde ich mir beide direkt hier holen. Die will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Aber ich finde, für 800 V-Works gehen die mega klar. Auch hier mit dieser niceen Cap. Richtig geile Skins. What the fuck? Also ich hatte nicht mehr gerechnet damit, dass jetzt hier so zum Ende der Season einfach noch so geile Skins in den Shop kommen. Ich kann mal ganz kurz hier auch in die Neuigkeiten gucken. Ob wir... Oh, nice. The Floss Lover ist wieder zurück. Und vom Tellerrischer zum Millionär heißen die Skins. Nice. Gefällt mir. Also ich bin... Ihr merkt schon, ich bin richtig baff. Und wie gesagt, falls ihr heute ein paar V-Works braucht, um euch zum Beispiel hier die neuen Skins zu holen. Ich verschenke gleich zweimal 100 Euro an V-Works. Also dieses hier mega krasse 13.500 V-Works-Paket. Alles was ihr tun müsst, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr einfach nur mir ein Foto schicken. Wie hier oben unterstützt ihr Creator Snoxy steht. Also mit eurem Handy einfach ein Foto machen und wir entweder auf Instagram senden. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das I. Oder halt über die E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist snox.creator.gmail.com. Da könnt ihr das auch jetzt schicken. Ihr könnt auch das Foto auch an beide Sachen schicken. Dann habt ihr halt eine höhere Gewinnchance. Wie gesagt, über die E-Mail nehmen wir immer nur relativ wenig Leute teil. Das heißt, ihr habt dort eine richtig hohe Gewinnchance hier, die 100 Euro zu bekommen. Also wenn ihr ein paar V-Works braucht, schickt mir einfach das Foto vom Creator-Code Snoxy. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, nämlich mit dem Fade-Skin. Den Skin feiere ich sehr, den Backpack benutze ich eigentlich fast gar nicht. Dann haben wir noch dazu den Schicksalsrahmen. Die habe ich am Anfang auch sehr gefeiert, dann aber relativ wenig gespielt. Und als letztes noch den Spaltflügel. Einer von den 1.000.000 futuristischen Leitern, die es so in Fortnite gibt. Dazu noch passend quasi den männlichen Skin, den Omen-Skin mit seinem Umhang, den ich irgendwie ein bisschen klein finde. Und der steht jetzt ein bisschen weit ab, das ist irgendwie nicht so geil. Dann noch die Orakelhacke, quasi das Ding, was die Frau auf dem Rücken hat, hier in so einer Hacke drin. Und genau, das war es. Ein Gläuter gibt es dazu nicht. Kommen wir schon zur rechten Seite. Bühnenmonster. Ich weiß jetzt nicht, was ich von dem Skin wirklich halten soll. Ihr seht schon, ich habe ihn mir nicht gekauft. Vor allen Dingen, weil mir der Backpack irgendwie zu riesig war. Also ich finde, der ist immer so groß und an einem Bild. Das, weiß ich nicht, spielt sich, finde ich nicht so gut. Der Skin selbst ist aber, wie gesagt, eigentlich relativ selten sogar inzwischen. Also, ja, ich würde ihn trotzdem empfehlen, wenn es halt euer Style ist, so dieses Garagenband-Thema. Mich hat es jetzt nicht so angesprochen, muss ja jeder selbst entscheiden. Geschmäcker sind ja verschieden. Dazu noch den Flugharpfen für 800 V-Bucks. Finde ich eigentlich ganz cool gestaltet. Für den Preis geht der absolut klar. Dann haben wir noch die Träumerfüße. Hier direkt mit dem neuen Skin. Ich finde ja die Melodie einfach mega nice. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Dann noch den Hypernova-Skin. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Irgendwie finde ich den doch ziemlich hässlich. Habe ich, glaube ich, kein einziges Mal mehr gespielt. Der Backpack ist ganz cool, weil er halt hier so ein bisschen animiert ist. Aber ansonsten, Orange ist echt nicht meine Farbe. Deswegen, ja, würde ich, glaube ich, eher nicht so empfehlen. Dann noch passend zum Bananenskin halt den Scheinschläger. Mit diesem Sound. Und als letztes noch die Punktetafel. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen in dem Mode. Das ist quasi zufällig. Man spät den ab und er zeigt halt eine zufällige Zahl. Für 200 V-Bucks geht das absolut klar. Kann ich mega empfehlen in dem Mode. Ich habe ihn schon so oft verwendet. Wer bekommt die Waffe? Dann jeder macht hier eine Zahl. Und wer die höhere Zahl hat, bekommt die Waffe oder so. Also kann man sehr, sehr vielseitig verwenden. Und für 200 V-Bucks kann ich den absolut empfehlen. Und jo, das war es dann schon zum Horting von der Shop. Falls ihr neu seid und hier keine neuen Skits mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt noch schnell ein Abo da. Und jo, wie gesagt, falls ihr heute diese V-Bucks gewinnen wollt, ich verschenke zweimal dieses 100 Euro V-Bucks-Paket. Einfach nur ein Foto machen, wie ihr hier oben den Creator-Code Snox hier eingetragen habt. Also kurz in den Shop gehen, hier Snox hier reintragen. S-N-O-X-H-I hier eintragen und auf Annehmen klicken und dann ja mit eurem Handy ein Foto machen und mir auf Instagram oder per E-Mail schicken. Snox.creator.gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Schickt mir das dann jetzt schnell dorthin, wenn ihr da teilnehmen wollt. Und dann habt noch einen entspannten Tag. Macht's gut und rein. Tschüss.